Danke du Arschloch! Willkommen zu einer neuen Folge von CSGO-Chem mit Bastilleinchen. Hallo. 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 Let's give it to them boys. Ich geh mit nur dran. Was? Was? Das ist gut, gut 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 Was willst du von mir? Ah, Jungs, 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 shut the fuck up, Dutz! Oh, meine Frisse! Learn to speak! Kurva! Das ist der B! Der andere ist bei der Bombe. Und der andere hat die Bombe. Ja, wo ist er? Verhaltet doch mal die erste Mal und er hat Deutsch! Oder Englisch! Shut the fuck up, Dutz! Okay, Mann, sorry. Der ist Lowlife, ne? Ich hab ihn 40 gezogen. Der ist A. Ich glaube, der ist CT. Nein, nein, nicht! Haben wir schon in die Richtung geguckt? Ja, ich weiß! So, erstmal alle muten. Ja, dafür konnte ich ja jetzt nichts mehr. So, I mute my team and report it. Sehr schön. Wer waren das? Der Grüne und der Blöcke Orange, ne? Oh, yo. Steps. Steps. Und was? Und der Gründe ist einer. Wow! Und der Gründe ist einer. B-down, 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 B-down. Good job, team. Good job, you're not... Also, gerade die, die an der Osten sind, sind die schlechtesten, ne? Bomb has been planted. Ah, gut, team, gut, team. Okay. Move it, son! Deploying Flashbang! Ja, zwei Mitgliedel. Bomb ist bieb, bomb ist bieb. Einer ist angehittet ne, einer ist 30. Also er hat nur noch 30. Der letzte hat nur noch 30. Oh, nein. Loft, äh, 13 HP. Oh, tschüss. Mann, wie anlagend das ist. All right, reported. Oh, tschüss. Oh, tschüss. Ja, nein. Verlieren wir. Weihverlion, report, und gut ist. Ich glaub, das ist ein Exil, der auf Nein gedrückt hat, oder? Ja. Ich suche kein Bock hier zu verlieren. Flush find. Oh, nein. All right. All right. All right, ramp A. Also, ob ich den nicht gehintet hab. Guck mal. Willkommen. Schön, dass die... Hab ich den nicht durch die Wand getroffen? WTF, Alter? Kann die SSG das nicht? Ist doch scheiße. Doch, die SSG kann das. Aber nun hab ich den nicht getötet. Oder habe ich den nicht getroffen? Keine Ahnung. Ich habe den nicht getroffen, seit ich es bekomme. Oh, der wegflossen ist da. Oh, oh! 50 Kristalle. Huhu! Ja, bei mir auch. Der Platz 2.000 Kristalle, ne? So nice. Junge, Junge, das war laut. Shot! Hä? Wir konnten da noch ein zweiter hin! Shot to, two shot, two shot. Ah, one shot. Holy moly, habe ich da gar nen Place bewegen? Wow! BATGETON! Radios! Shot, oder was? Ähm... Einer ist im Dings drin. In diesem Windowteil, oder? ah das ist auch der letzte gewesen ja also der könnte entweder übercatchen oder er geht zu A aber ist das die Bombe? ne fuck off traurig ja ich war einfach die Waffe ja und mit einem Schuss ist er weggeklatscht doch in 3 Sekunden wart ab naja tschül ich bin nicht so wie du wie wer ja wie du nee ja ja genau wenn ich wenig HP und sehe ich muss nix machen um zu gewinnen dann mach ich auch nix ach so oh hechheh hechheh heeheh 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 Was für welcher? Oh, Flash! Ich glaub die gegen Andergaard, oder? Oh Gott, ich bin low! Nein, ich bin nicht, ich brauch keine Hilfe, ich bin nur low! Also ja, ich brauch Hilfe! One B, oh nice, good job! Ich bin low! Ich bin nur low! Ich bin nur low! Oh Gott! Oh! Das krieg ich nicht mehr! Außer wenn ich die Waffe innen nicht haben! Für mich! Also, ich bin die Gerste, ne? Ich bin sehr stolz auf dich! Danke! Oh Gott! 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 go go apps lost apps lost protect them protect them protect them green wir hatten scht nur von der kundzonen das ist nur in siehst du das sind das ist der größte bastard der jahr gefunden wurde um Der Noob ist der Noob in der Geschichte von Sisko. Ja genau! Alter, der Orange ist ein fucking Noob. Das Spiel handelt nur von Flamen. Ist da wohl nicht schlimm? Er sagt... Oh, ich glaube die haben auch hier Muted. Ich wollte schon einfach sagen, die eigentlich sind. No luck to scale, alles gut. Geil, 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 geil. Eiii, geil, geil, geil... Aja, ja, ja, ja. und womit green fk könnte appartement sein das ist auch wow na wen haben wir denn hier ja 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 Oh, easy Das war ja mal richtig easy. Einmal mal 4K geklatscht, Alter. Die sind jetzt eigentlich alle irgendwie afkar. Ist der richtig gut, Alter. We heard you guys, we heard you. Jungle one, jungle one. He heard you. One beat, one jungle. Manchin's canine. Come on. Stay afkar sein, meine Fris, Alter. Come on, don't stay afkar, come on. Yeah. Bomb down, one ramp. Good job, Green. Alter, leckt der rum wie sauer, ey. Da. Danke. Hier, Brenn. Hast du mich in Game gemürtet? Nein. Ah, ja. Achso. Ich hab gesagt, ich war gerade am Telefonieren, sorry. Achso. Der Alvin hat sich gerade gemeldet. Ja, das hab ich ja noch gehört. Also. Da hat er sich gespürt, warum ich dann noch geschrieben hab, dann halt nicht. Mann, Mann, Mann. Oh nein, ich hab's selbst... Oh Gott, Lex, Lex, Lex. Oh mein Gott. Du wärst umkesselt, ne? Auch hinter dir kommen die. Wenn ihr leckt, das war grad ein bisschen ganz so flüssig wie es sein soll. Oh mein Gott, ey. Wow. Der fucked up. Auch wenn ich da jetzt einen getötet habe, ihr seid alle gestorben vorher. Ja, weil die uns totgepusht haben. Weil keiner irgendwie was gemacht hat. Also auch von den anderen. Puh. Ich wurde einfach nur vorhanden. Das Geld bringt dann erstmal weg, ne? Das macht nix. Ich wollte ja nur sagen, dass du weißt, was ich vorhaben soll. Also, dass du weißt, dass ich danach nicht mehr Bock hab. Grenade out. Throwing fire. Bump down, Bump down, Bump down. Bump down, Bump down, Bump down. Rotating to A, Orange, please. Bump is down A. Absolut ist es! Ich bin emotional, rein 60 Waren. Orange, noob. Oh my god. Good job. So noob. Fucking orange. Learn to play kid. Ich hab ihn gemutet. Ich kann auch keiner mehr denken, was er sagt. Hab doch schon oft genug durch. Ja, toll. Weißt du? Steht grad schon wieder so gut und jetzt schon wieder verkacken. Der ist halt scheiße. Also hier drin ist keiner. Wow, der hat Narbe. Wow. Das müsste bei dem Stand schon... Ja, aber das hätte ich nicht so schnell holen konnte. War halt komisch gerade. Ach du Scheiße. Ja. Ist GG, Leute. Lost. Game. Ach ja, ey. Good job, Team. Die Bombe ist auf A. Ist auf B. Sicher? Ja, der Zeugs auch. Terrorists win. Noob. 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 Fangen! Ich hab grad eh einen 4er-W geklatscht Bei Lowlife Auf jeden Fall Einer tot Missgebot, Alter Weiter tot? Okay, du hast schon eingetötet Nein, hier, onside, onside Ach, come on! Kein Bock mehr Ja, komm, übertreck jetzt mal nicht Ich bin mit einer Glocke aktuell besser Wow Kitchen last Kitchen Ja gut, der andere ist weggelaufen wie ne Pussy Ich habe dich gerecht Besonders, ich bin in seinen Fels gesprungen, Alter Ich hab gar nicht wusste, dass er da steht Hm Braust du was? Braust du nicht? Ich geh mit, Alter Braust du schon? Sind natürlich die ersten am Team, ne? Ja Warum auch wohl? Weil die Kacke sind, wie es nur geht hier, ey Das ist doch zu kotzen, Alter Das ist doch zu kotzen, Mann Ich bin auch schon, Digga Ja, Kitchen Ist da noch einer? Ja Wat geht ab? Die Seite ist eigentlich auch je die bessere Seite Was ist das denn für eine Flash? Ich sehe keinen Doch, da ist einer Oh, die sind da vorne drauf Wow, ich hab voll gegen Dingens geschossen Ja Ist der blöd? Gank Das ist nicht dein Ernst, Mann Wat macht Purple? Huh, one time Ja, andere, andere Äh, window, window, window Ja, Mann Äh 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 Hä, Junge Was war das denn jetzt gerade? Wir waren Connector Und alle drei haben den Rücken zu uns gedreht Und wir schießen Und die drehen sich nicht um What the fuck? Das war richtig behindert Außer der eine der Jungle kam Der wusste, dass wir da sind Aber die anderen beiden Der eine stand stairs und der ist gar nicht interessiert Ich hab ein paar Kugeln im Rücken Ich hab ein paar Kugeln im Rücken Scheiß doch egal Ich weiß doch egal In deutsch Ach du bist aller geworden oder? Ja Wollen wir es da Ich hab ein paar Kugeln im Rücken Ich hab ein paar Kugeln im Rücken Ich hab ein paar Kugeln im Rücken Ich hab mich gemessert Ich krieg ne Krise, Alter Der Nuft schafft nicht mal einen, Alter Der Nuft schafft nicht mal einen, Alter Komm, einer muss da umgehen hier Ich will ne Waffe haben Ich will ne Waffe haben Ja, da geh ich jetzt nicht hin Warte mal, ich werfe hier, äh, Smoke of Connector Ah, da ist einer auf City, der hat mich gesehen Ah, Scheiße Jetzt bin ich gestorben durch den Auto von Window Meine Fresse, Alter War zu tief Hey, was sind das denn für Kacklappen, ey? We can not only carry you guys, come on Hey Hey Can you play with brain? Brain We have no brain 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 Ist doch zum Kotzen, ey Das haben wir wieder aufgeholt Jetzt gehen sie wieder hier Alles klar Alles am Leben Ich bin doch wieder hier Um verkaufen Ich hoffe ich bin Ich bin mein Bestes Geh doch in mein Neck Was macht der noch Gründer, Mann? Nein, als ob jetzt einer Short kommt, Alter Einer Short und einer war oben bei Windowlin Soll ich machen, ich bin noch kein Pro Achso Achso Wie kann ich throw Bamba Oh Gott, einer ist hinter dir Der ist in der Window, der ist jetzt über Kitchen gegangen Kitchen Moin Kitchen Ok, du bist du ja unter der Aus von Kitchen Der Baum ist geplantet, ne? Ich weiß Kann sein Nein, 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 nein Fick Dich doch einfach Knief Knief Knietief in deine Haasche, Alter Oh, das weiß ich nicht, das weiß ich nicht den Scheiß Mein Gott, ey Wir machen 2 gegen 5 und holen sogar noch 4 Leute Wobei ich sehr überraschend auch noch Gekill Gemacht hab Ja komm, wenn die jetzt 13 holen, ist es noch schwerer zu bekommen Wir müssen jetzt hier mal 2 Runden hintereinander oder 3 machen hier Ja, good job, Garmin Ich geb ihr Steps Einer down Es ist einfach zu kotzen, ganz ehrlich, Alter Einer kommt übereinander One under, one under Ich höre das Auf A geplantet, ne? Glaubst du nicht, ich weiß Äh, Kitchen, Kitchen, be careful, be careful Oh, Basti Und der Connector, Connector Be careful LWP Aber hast du so Good job, du Good job Wie ich die beide verlegt hab Oh, Junge, das war richtig so Puts Ich war B gegangen, über Kitchen Ich dachte ich, die müssten da lang gehen, ne? Habe ich bin nicht da gleich gelaufen Richtig guter Boy Guck mal Nur mal herzlich mit 15 Kills auf 2 hochgeballert Wie geht das denn, Alter? Ich hab 20 Wie geht das denn, Alter? Ich hab 20 Ja, weil er geplantet hat, bist du nicht mehr Plant Dich Hoch Okay Okay, Newport wird wenigstens noch einen mitgenommen Yeah, you guys maybe, be careful Oh Okay, unten war einer Komm, Küche Hälter uns, hälter uns Ja, 1 gegen 4, hey, hey Na, die sind ja auch zu dritter Apartment gegangen Ach, mann Guys, you sch- you noob So, please, don't Fuck you Mein Gott, Alter, ey This is noob Haha We fucking carry on, you will kick us Haha, sweet Haha, sweet We fucking carry on, you will kick us Haha, sweet Hey, was ist denn das geschafft, mich jetzt zu treffen? Bann, hey, grün aus dem Kopf Man hat & Man hat nicht geplotten mich Man hat die schöne Waffe gehabt, Mensch Ich wollt' die kaum Ich hab... Ich wollt' gewinnen Ich hab'n Oh, hier ist gemeckt. Fuck auf, Alter. Hat der mich? Alter Schwede. Junge, ich hab mir fast in die Hose geschissen, ey. Oder Pipi gemacht. Können das noch gewinnen, auch wenn es schlecht aussieht. Jetzt hast du es gesagt. Jetzt hast du es gesagt. Ja, gesagt, auch wenn es schlecht aussieht. Ja, wow. Das erinnert jetzt was? Die Einstellung. Okay. Es sieht sehr schleicht aus, wir könnten gewinnen. Eventuell. Achso, gerade zuhören, was ich gesagt habe. Ja, die könnten. Wenn ich da eigentlich vorunter gehen würde. Ja, bewacht Short. Von der Eck. Apartment Steps. Echt? Ja, pass auf. Dann soll der mal kommen. Apartment Steps, Apartment Steps. Der letzte Apartment? Nee, Apartment ist da. Nee, doch nicht. Leute, what? Ich hab dir gesagt, der letzte Apartment. Ja, weil da einer... Nee, weil da zwei rauskamen. Ich hör doch Steps. Ja, trotzdem kam da zwei raus. Ja, weiß ich. Im Moment, wo ich jetzt sage, habe ich doch grad die Steps gehört. Achso. Ah, okay. Okay, Hellseher Basti ist am Start. Wow. Aber jetzt haben die irgendwie so'n Fetich von B. Ich weiß nicht, ob das schlau ist, jetzt nochmal wieder zu gehen. Ja, die anderen werden lenken gehabt. Oh, nice Flash. Das war nicht der Einzige. Das war nicht der Einzige. Langsam. Kitchen One. Der kämpft in der Ecke, Alter. Deswegen hab ich ihn hier sehen. Gott. Green, what are you doing, dude? Holy fuck. Green's so noob. Boah, leck mich am Arsch, Alter. Ja, der hat ihn nicht einmal getroffen, wo er vorbeigelaufen ist. Oh Gott, ich hab ne Arve gekauft. Ich geh jetzt wahrscheinlich sogar so sterben und die Runde wird wahrscheinlich lost. Das ist einfach jedes Mal so. Das Ding noch gewinnt. Junge, ist aber jedes Mal so, wenn ich ne Arve kaufe und voll viel Geld ausgegeben habe. Weil ich für ne Arve kaufe! Warum kaufst du denn ne Arve? Ist das ernst? Don't step, don't step, don't step. Hey, der ist ja schon auf A drauf, what the fuck? Nein! Der eine ist Connector. Nein! Ich sag ja, Arve gekauft, verloren. Tschüss! Ja, der Problem ist, es war so knapp, ich hätte beinahe den Connector auch noch mitgenommen. Aber ich hatte dann keine Money mehr. Ah, wir brauchen einfach nur die 15. Runde und gut ist. Oh, unlucky ey. Ich hab eigentlich schon grad einigermaßen viele Leute geholt. Ich glaub drei oder so hatte ich ihren Charakter. Alter, ich bin einfach erster mit 25, 21, leckischer Marsch. Ich verstehe 26, 25, also ich verstehe auch nicht so schlecht. Rotate to A. Too much steps. Achso, der ist jetzt überschrott gegangen, oder? Okay, go B. Pass auf, ne? Der ist die Bombe, wir müssen SP. Einer ist CT. Pass auf, Basti! Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ja, kitchen, kitchen one, kitchen one. Wat? Oh, wow. Oh, man ey. Oh, man ey. Ich hab's gesehen. Oh Gott. Ist das bitter. Wir haben 20 Sekunden. Ja, das ist bitter. Ich ver- und meinst du, das schaffe ich nur? Mann ist nicht wichtig. Nee, stimmt. Hättest du es schaffen können. Hätte ich? Ich bin tot. Ja hätte. Wenn der Typ nicht mit einer Arme kämpfen würde. Komm mit zwei fucking Runden. Short 9 HP. Gott, der darf jetzt noch drei Kills machen, alter. Green, faster, come on! Ach so! Oh mein Gott, come on Green, du kannst das machen. Der leckt. Oh nein, der leckt. Green, du bist worldclass! Well played, noob. Warum wartet denn bis der Smog weg ist und geht links lang? Dann hat er gleich die Sicht komplett nach rechts. Man muss aber immer überstürzen, alles. Und dann...